so was gab leute willkommen zu kein kommentaria im hintergrund seht ihr richtig krasses gameplay meine freude der hip fire only mob also nur aus der hüfte und ich habe glaube ich ein zwei kills wir haben mit dem zoom gemacht aber ja kann man nichts machen da war ich kurz vor mob und hab gedacht man scheiß auf den kill ich hätte ich wenig sterben weil er so zehn meter weg war und ja das war eigentlich voll die krasse mob man mit der pin 90 auf terminal ich habe noch keine gesehen die das noch keinen typen gesehen der das so schnell gemacht hat in der zeit ich glaube zwei minuten 10 22 20 oder so habe ich gebraucht wer denkt sich hier wieso steht da unten killer snake also ich habe es auch mein bruder account gespielt von meinem bruder account ja er war bei mir da haben wir gesagt ich spiele einfach mit sein weil wir wechseln sie immer ab wenn wir spielen so eine runde er und deswegen habe ich ja auch seiner konnte ein bisschen gespielt mit der pin 90 mann ich hatte ruhige hand dabei ruhige hand und ich glaube plünderer hardliner ruhige hand und spezi perks spiel im video leute ich hoffe dass euch das gameplay gefällt man weil habe ich noch nie spiel das ist meine erste mord so ich habe nie probiert ich habe noch nicht wo ich kann noch mal sehen wie ich das gemacht also wieso ich drauf gespielt also ich habe einfach so ich bin ein vom oder zwei in der runde verreckt also davor und da habe ich mich habe ich mich aufgeregt habe ich gesagt nee alter jetzt jetzt spiel nur aus der hüfte jetzt fach ich die gehen und dann habe ich die ganze hüfte gespielt und habe einfach nur abgemacht ich wollte das eigentlich gar nicht mal ich habe nicht gedacht dass ich das hinkriegt ja das gameplay ist gleich vorbei eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen ich hoffe euch gefällt das gameplay wirklich und jo ich würde mich über ein like von über einen kommentar weil eigentlich fast keiner schreibt kommentare von euch also ich habe schon viele abonnenten also finde ich aber ihr keine ahnung ihr schreibt einfach keine kommentare und das mag ich einfach nicht ich würde mich über ein paar komment freuen irgendwie ja das gameplay ist gleich vorbei und jo leute bis zum nächsten mal und jo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017